Die seltensten Phobien der Menschheit Part 3 Tetraphobie Die Angst vor der Zahl 4 In einigen Kulturen wird die Zahl 4 als Unglückszahl betrachtet und Menschen mit dieser Phobie vermeiden oft alles, was mit der Zahl 4 irgendwie in Verbindung steht. Sie könnten es vermeiden, Zimmer mit der Nummer 4 zu betreten oder sogar Geburtstage an einem vierten Tag des Monats zu feiern. Die Phobie kann zu einem starken Unbehagen und Ängsten führen. Anatidae Phobie Und ich wünschte, ich hätte sie mir ausgedacht, ist die Angst von einer Ente beobachtet zu werden. Ja, ihr habt richtig gehört. Menschen mit dieser Phobie haben die ständige Sorge, dass eine Ente sie heimlich beobachtet. Diese irrational erscheinende Angst kann zu einem gesteigerten Unbehagen gegenüber Enten und einer konstanten Wachsamkeit in ihrer Gegenwart führen. Like und Abo dalassen, wäre auch cool. Danke!